Wirklich gut. Schön, dass Sie die Kekse mögen, Herr Meloni. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich manchmal etwas komisch bin. Und das nicht immer mit Absicht. Und ich weiß auch, dass ich ein ziemlich anstrengender Lehrer für jemanden wie dich sein kann. Jemand, der blind ist. Oder behindert. Beeinträchtigt. Teilweise beeinträchtigt. Wie nennst du es? Blind war richtig. Was ich sagen will ist, perfekt bin ich sicher auch nicht. Und manchmal bin ich einfach aufgeregt. Oder... Anstrengend trifft es. Sarah. Nein, sie hat recht. Sehen Sie, wir sollten alle ehrlich sein. Sarah ist sehr willkommen. Sehr willkommen in ihrer alten Schule. Und es wird sicher Zeiten geben, in denen wir nicht unbedingt einer Meinung sind. Aber... Aber wenn du dieses Dokument unterschreibst, Sarah, dann wird es ein Abenteuer sein. Für uns alle. Aber wenn du dich nicht hundertprozentig auf dieses Abenteuer freust, dann solltest du dich lieber nach einer anderen Schule umsehen. Tut mir leid. Keine Sorge, Sarah. Du schaffst das. Ich meine sie mich an. Wenn ich reiten lernen kann, bin ich sicher, kannst du auch in die... Warte, bitte! Frau Tuleki... Sarah flüchtet und Mia läuft ihr nach. Sie findet die Freundin in der Scheune. Sarah! Versuch gar nicht erst, mich zu überzeugen. Deswegen bin ich gar nicht hier. Mias Armreif leuchtet. Schnell holt sie das Runenbuch hervor und gemeinsam mit Sarah entziffert sie das Orakel. Sie halten sich fest an den Händen. Scheinen auch die schlimmsten Gedanken und Träume zu werden, wahr? Du bist nicht verloren, solange dein Herz ist nah. Wie kann ich versucht, diese Verhältnisse zu geben? Unser Unfall behavi WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR